hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von vanilla minecraft letztens hat mir eigentlich immer noch die strecke gebaut und habe gerade mal in den kisten bei uns nachgeguckt und ich muss sagen uns fehlt irgendwie an so ziemlich vielen und wie sie ist hier noch toll man muss so an ziemlich vielen und zwar an vor allem an sand und habe ich mir gedacht wir könnten uns eigentlich mal auf eine suche nach einer wüste oder irgend so was in der richtung machen am ende ist hier sogar noch in 123 am ende ist sogar noch eine in der nähe und ja vielleicht haben wir wirklich das glück und finden tatsächlich bald aber jetzt muss ich mir erst mal schnell die koordinaten aufschreiben nicht dass es wieder in die hose geht und ich nicht wieder zurück finde weil muss ja auch nicht sein und naja mal gucken da oben stehen sie so da geht es lang so da schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen besser um weil der pack dahin sieht auch episch aus oh ja hat irgendwie was an sich kann man nicht das natürlich aus ich gebe es nicht rein weil eben halt das ständige problem was ich eigentlich immer habe das ist mit dem licht von daher lassen wir es einfach mal auf sich beruhen aua so hier ist gravel brauchen wir auch noch so sonst würden wir ja nicht wieder hochkommen ist das schon wieder dunkel kann aber die war sein so ein bisschen unter der frischen luft schlafen und dem freien himmel jetzt sehe ich wenigstens wieder was das ist fein gefällt mir so da wollen wir mal uns mal das da oben anschauen was ich da vor uns gerade gesehen habe weil es sah schon interessant aus und zack hallo schläge hoch oh sieht wirklich geil aus ja das hoch das hat was sieht sehr interessant aus vielleicht fällt uns vielleicht fällt uns ja da auch noch was ein werden wir aber in naher zukunft machen weil zuerst muss er das da hinten bei uns gebaut werden und dann kommen wir uns mal über andere bauprojekte da mal ein bisschen gedanken machen aber jetzt zurzeit lieber nicht sonst wächst mir das alles ein bisschen über den kopf und man fragt sich daneben halt höchst du gemacht aber wir sind echt irgendwo irgendwo stehen jetzt das biome extreme höchst wenn ich mich jetzt hier straight rein buddeln würde da würde ich eben halt sehen dass da irgendwo noch immer halte immer halte klingt eigentlich komisch einmal als im boden stecken würden und einfach mal schauen wir werden jetzt mal in die richtung gehen warum ich das jetzt erst sagen sachen gibt es für irgendwo in der nähe eine wüste irgendwas wüstenartiges finden oder so eine gravel oase wäre eigentlich auch genial ich glaube wir schon immer ansonsten würden ja keine fackeln sein oh meine nase uiuiuiuiui ja müssen wir schon mal gewesen sein naja kann ich auch an den an den riesenpilzen ist irgendwie so aus wie so ein märchenwald ich habe keine ahnung aber irgendwie macht mir das gerade ein bisschen angst ach ja ach ja planes und oh fat forest sagt mir ja auch nicht alter ich muss schon sagen geil setze ich dann aus verdammt hübs hübs hoch nein hat aber echt was mit dem riesigen die vor allen dingen dichtenwald ist ja wirklich krass was irgendwie erinnert mich das gerade an 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 twilight und die diesen 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 extremsten wäldern die da drin rumstehen also an die mod twilight forest und ja das stimmt schon die hat ja echt was das ist ja episch ich cool finde ich geil haben die sich noch mehr motor ins noch mehr mit ersteller ins boot geholt weil bei mo creatures mit weiß ich ja dass die die den mod auto mit dem mit nach moyan geholt hatten haben die aber die anderen auch mit reingeholt das war natürlich richtig premium oder liegt das jetzt echt bloß an den chunk beziehungsweise an den sieht feigen der wald ist auch so extrem groß und zwar ist beinahe da reingeflogen beach hat irgendwie alles sowas bissl was ne das ist sieht schon geil aus immer noch strand ich glaube sie jeden schön strand kaputt machen ach schön dass wir zum baden gehen ist das schön angenehm jaja der negro spinnt mal wieder rum aber das kann da ja am besten von daher lassen wir einfach ein bisschen rumspinnen weil warum nicht nicht wahr ich glaube das wird irgendwie nichts mit der wüste es ist gerade ein bisschen mies also viele höhlen wie sie gibt es auch schon ein bisschen krass na gut sagen wir es mal so die welt von minecraft das eben halt mit mit höllen übersät und durch 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 fräst okay und was auch immer von daher kann man sich eigentlich nicht wundern wie es so aussieht aber was aus dem spiel eigentlich alles so geworden ist ist schon herb ich finde es gerade geil ich finde es gerade geil die schöne beruhigende musik ich glaube ich hätte mir noch mal zu essen mit einpacken sollen weil ob das reicht gott jetzt klebt blägt ein hund draußen wiederum nerf ach ne 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 ok ok ich glaube das wäre es dann eigentlich mit der suche nach nerwüste bei uns in der nähe ich glaube das gibt es nicht schade können wir den glastunnel dann erstmal nicht weiter bauen oder wir finden doch noch eine weil wir haben ja noch eine andere seite zum durchforschen aber da wir ja auch noch gravel brauchen oder keys nehme ich eben halt den struz hier auch noch mit schnell ist da alles kein problem ja ja das ist trotzdem eine schöne gegend hä hat es geschmeckt ist ein bisschen Erde mit Gras bestimmt was haben wir denn da ein strand du kannst nur nachts schlafen mhm jetzt mhm so bedfeed einpacken und warte suchen ok jetzt habe ich einen Urwurm das ist gerade richtig mies ach das ist harte aber es glaube bei mir nichts neues also hatte ich glaube ich schon mal erwähnt dass ich manchmal frühs munter werde und das erste was ich im Kopf habe ist ein Lied geht bei mir extremst schnell dass ich mal irgendwie ein Urwurm oder sowas in der Richtung habe das ist richtig harte glück man zwar nicht dass sowas funktioniert aber bei mir definitiv und zwar von Rammstein Reise Reise weil wir jetzt passt jetzt gerade irgendwie zu diesem zu dieses Glin Wanderung wo hier unten drunter ist eine Schlucht eine unterirdische Schlucht also da darf ich nicht reinfallen da würde ich definitiv nie wieder rauskommen ja 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 ist ja gut ist ja gut ist ja gut nein das wollte ich gar nicht so muss alles wieder schön gemacht werden so aber ich schaue gerade wieder auf meinen Timer und sehe dass die Folge ja eigentlich wieder zu Ende ist in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Gucken ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja können wir irgendwie Feedback über die Kommentarfunktion geben oder was auch immer ich würde dann sagen dann bis zum nächsten Mal dann tschüss 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 tschüss